Technische Innovationen sind schon seit jeher Auslöser für gesellschaftliche Veränderungen. Denkt zum Beispiel an die Erfindung der Glühbirne. Vielleicht war ja der eine oder andere von euch dabei. Diese Technik-Trends erhalten auch im Sporteinzug. Zum Beispiel über Smartwatches oder Wearables, die dauerhaft unsere Puls- und unsere Vitalwerte tracken. Wie soziale Medien, zum Beispiel Rantastic, in denen wir uns in virtuellen Communities organisieren. Oder virtuelle Trainer, die die analogen Trainer teilweise ersetzen können. Und das Besondere dabei ist, all diese Trends richten sich direkt am Endkunden aus. Auch eure nächsten potenziellen Mitglieder und die aktuellen nutzen diese Möglichkeiten zunehmend. Auch ich nutze manchmal die Möglichkeit von Google Glasses. Nachdem ist es gerade ein Teil der Die Guchtigkeit des Man-Klipf sponsors zum Beispiel haben. Deswegen müssen wir uns einfachlosen. Und das ist einfach so gut. Aber die Frage ist es einfach so gut. Und das ist ein Teil des Menschen, das sind sehr, sehr gut. Und das ist einfach so gut. Vielen Dank.